Was ist das für mich? Das kommt für mich auf einen Anlass daran. An einem Schwingfest sicher ein Ländler. Und ein Rap könnte ich an einem Ort auch noch hören. Aber sicher nicht zu Hause, wenn ich mal Musik hören würde. Wenn es ein bisschen in der Nachtzug nehmen würde, wäre mir angenehmer. Da wir den Campingplatz jetzt gerade abräumen sind, würde ich mal wieder ins Hotel gehen. Was immer da gefragt ist. Aber eine Gemeindeversammlung, wo sich die Bevölkerung versammelt, finde ich sicher sympathischer. Das ist klar für mich ein Buch. Für mich muss es ein bisschen leben. Und die Bücher leben bei mir auch, wenn sie fertig bemiten.